Seid gegrüßt, Leute. Wir unterhalten uns heute darüber, wie der Kapitalismus sich in Zukunft weiterentwickeln könnte. Zum Ersten, welche Probleme er aktuell hat und was für Vorhersagen man überhaupt für die Zukunft machen kann. Und als nächstes diskutieren wir dann, was für Alternativen es geben könnte, beziehungsweise ob es überhaupt Alternativen braucht. Marlon, was hast du denn dazu zu sagen? Ja, also wenn ich mir mal angucke, was wir gerade so sehen, haben wir auf der einen Seite einen, würde ich es mal, progressiven Neoliberalismus nennen. Also da hat man dann Leute, den linksliberalen Blog, würde ich das einfach mal bezeichnen, die es abfeiern, wenn Unternehmen im Pride Month zum Beispiel mit LGBTQ-Flaggen als Profilbildern auf Twitter, Instagram und Co. rumlaufen. Natürlich nicht in Saudi-Arabien oder in Ländern, in denen das vielleicht nicht so gut für den Absatz wäre. Und das ist, glaube ich, auch schon der Punkt, denn es hat dabei mit Emanzipation natürlich in einem Sinne zu tun, dass man schaut, dass nicht mehr so viel diskriminiert wird aufgrund von zum Beispiel Geschlecht oder Herkunft. Aber letztendlich geht das ja gar nicht an die Ursachen ran. Also es bringt ja auch den Leuten nur bedingt etwas, wenn sie nicht mehr diskriminiert werden, ist es gut, aber sie sind gleichzeitig immer noch in genau denselben Strukturen. Also es geht immer noch darum, dass Unternehmen sie ausbeuten, dass Unternehmen sich etwas, ihre Arbeitskraft aneignen, um damit Profite zu erzielen. So, das muss man jetzt erstmal gar nicht moralisch werten, das ist ja einfach, wie das System im Grunde funktioniert. Und dieser progressive Kapitalismus oder Neoliberalismus, der führt das ja im Prinzip weiter, nur zum Beispiel ökologisch angemalt oder auch eben tolerant angemalt. Dann ist auf der gegenüberliegenden Seite so eine Art reaktionärer Kapitalismus zu finden. Da hat man ganz häufig die, ich sag mal, rechten identitätspolitischen Kämpfer, die versuchen, diese ökonomische Frage gar nicht nach vorne zu stellen, sondern sich auf Kulturkampf zu fokussieren, damit sie eben auch über diese ökonomischen Themen gar nicht reden müssen. Also auch dort will man die Strukturen im Grundsatz ja gar nicht verändern. Man hat da zum Beispiel die Libertarians, die am liebsten den Staat zumindest sehr, sehr weit zurückdrehen wollen, wenn nicht gar für eine Privatrechtsgesellschaft eintreten, den Staat also abschaffen wollen, was ja letztendlich im Prinzip bedeutet, wir bewegen uns dann in Strukturen ähnlich des Feudalismus zurück. Also wir haben dann einzelne Personen, denen gehört etwas und die haben auf dem Gebiet, was ihnen gehört, dann auch, ich sag mal, quasi staatliche Kompetenz und können mehr oder weniger machen, was sie wollen. Was ja in der heutigen Welt komplett wirr wäre. Also wie soll man sich das in einem Land wie den USA beispielsweise vorstellen, wo diese Libertären ja sehr verbreitet sind? Wird dann das Atombaffenarsenal unter den ganzen Milliardären da aufbeteilt und dann hat jeder seine eigenen kleinen Atombomben und eine Streitigkeit zwischen Jeff Bezos und Bill Gates führt dann zu einem Atomkrieg oder was? Also das hast du überhaupt nicht mehr in die heutige Welt. Ja, nach dem Argument kann man sich ja dann dagegen versichern. Da wird es ja eine Versicherung geben, mit der kannst du das ja lösen. Aber ich finde, was diese Leute ja auch grundsätzlich ausblenden, ist, dass der Kapitalismus ja irgendwie ein Staat, der eine Rechtsordnung und der die Sicherheit des Privateigentums garantiert. Das ist ja notwendig. Also selbst wenn du die Institution nicht Staat nennst, braucht es ja irgendwas. Ansonsten ist es ja schwierig. Ja, ich würde erstmal so, dass es die Libertarians sind natürlich eine sehr, sehr extreme Ausprägung. Es gibt ja auch Leute, die wollen einfach die Strukturen so beibehalten. Die sagen, ja, wir brauchen diese Ungleichheit. Das ist zum Beispiel natürlich. Das ist von Gott so gewollt. Gibt es ja auch diesen christlich-evangelikalen Flügel, der da sehr stark mit drin ist. Aber ich würde das im Grunde erstmal so auf diese beiden Seiten aufteilen. Aber diese beiden Seiten, die wollen im Prinzip ja das Strukturelle nicht verändern. Also bei beiden würde es so bleiben, dass es eine sehr kleine Gruppe gibt, die profitiert davon, dass die große Mehrheit eben eine Leistung erbringt. Und ja, diese Leistung nicht zu 100 Prozent eben bekommt, in Form von einem Lohn beispielsweise. So funktioniert der Kapitalismus. Und wenn wir mal in die Geschichte gucken, dann sehen wir ja, dass nach progressiven Phasen, und ich würde mal behaupten, dass die letzten 20 Jahre, was Gesellschaftspolitik angeht, durchaus progressiv waren, dass es dann aber auch ganz oft so einen reaktionären Rollback gab. Das sieht man zum Beispiel im antiken Rom, als die Krachen zwei Brüder Landreform zum Beispiel durchsetzen wollten, um eben die verarmte normale Bevölkerung denen Land zu geben, damit das Problem sich löst und den Großgrundbesitzern das wegnehmen. Danach hat man, ja, nachdem man die umgebracht hat, im Prinzip nochmal verschärft diesen Kurs. Die Landbesitzer wurden noch mächtiger. Nach den bürgerlichen Revolutionen im 18. und 19. Jahrhundert, da hatten wir dann nach den napoleonischen Kriegen die Restauration. Da haben wir auch dann wieder bis zu den 48er-Revolutionen und noch darüber hinaus nochmal autoritäre, oder mindestens so autoritäre, absolute Monarchien, wie eben unter Ludwig XIV. zum Beispiel. Und ich kann mir tatsächlich gerade vorstellen, dass es sich in so eine Richtung, so ein reaktionärer Rollback bewegen wird. Weil ich sehe auch keine, also gegenwärtig sehe ich auch keine andere politische Formation, die irgendwie in der Lage wäre, das aufzuhalten von links. Die Demokraten in den USA, die feiern sich ja schon dafür ab, wenn sie regieren, dass sie im Prinzip einmal kurz eine Legislatur verzögern. Dann kommen die Republikaner wieder ran und die drehen das Ding ja weiter. Die Demokraten kommen wieder ran und verzögern es wieder um eine Legislatur. Aber es gibt ja keinen Gegenentwurf. Ja, da hast du schon recht. Aber was beispielsweise in der Römischen Republik, das Beispiel, was du gerade mit den Grachen angesprochen hast, der Fall war, war ja wirklich ein Kampf um die Aufteilung von Grund und Boden. Sowas haben wir ja jetzt beim progressiven und beim konservativen Neoliberalismus überhaupt nicht. Also da geht es nur, malen wir den Neoliberalismus in Regenbogenfarben an oder packen wir da jetzt einen Hammer drauf? Ja, da hast du natürlich recht. Ich wollte damit nur einmal kurz zeigen, dass es historisch gesehen einfach Situationen gab, wo man Fortschritt auch eben dann in verteilungspolitischen Fragen gehen wollte, wenn man gleichere Verteilung als Fortschritt sieht. Und das würde ich erstmal grundsätzlich so sehen. Heute ist es natürlich eher dieser kulturelle Kulturkampf und die Frage nach sozialer Gleichheit. Aber nicht mehr nach ökonomischer. Ja, diese regressive Ideologie des Neoliberalismus, die wird hier in progressives Gewand gehüllt. Zuerst hatten wir ja unter Reagan, Thatcher, Yeltsin, Kohl, also ich brauche die Namen, glaube ich, nicht alle nennen, einen regressiven, einen konservativen Neoliberalismus und jetzt haben wir einen progressiv angemalten. Den bekamen wir dann mit Tony Blair, Gerhard Schröder und ja, in Russland bekamen wir den interessanterweise nicht. Wladimir Putin vertritt weiter einen konservativen Neoliberalismus. Da hat sich das quasi nicht groß geändert. So, jetzt ist die Frage, dieser konservative Rollback, wenn wir beispielsweise in Deutschland eine schwarz-blau-gelbe Koalition bekommen würden, würde sich dann da verteilungspolitisch etwas ändern? Nun, wahrscheinlich nicht. Wir würden diese ein paar Fortschritte, die es in den letzten 40, 50 Jahren gab, zurückdrehen. Wahrscheinlich auch nicht alles. Es wird wahrscheinlich keine Partei in Deutschland mehr geben, keine Regierung, die Homosexualität beispielsweise kriminalisieren will. Sowas wird nicht passieren, das wird sich größtenteils auf symbolpolitische Maßnahmen beschränken. Aber wir werden eine weitere Ungleichverteilung des Kapitals erleben. Die AfD fordert beispielsweise, die Erbschaftssteuer komplett abzuschaffen. Das bedeutet, dann würde sich diese Ungleichverteilung noch weiter radikalisieren. Und in den USA hat man ja verschiedene Flügel, aber wenn diese Libertären tatsächlich mächtiger werden würden, dann würde es zu weiteren extremen Steuersenkungen kommen, von denen vor allem die Reichen profitieren würden. Man hat Ansätze dessen ja schon unter Donald Trump gesehen, der auch eine Steuerreform beschlossen hat, die vor allem den reichsten US-Amerikaner nutzte. Und das könnte dann verlangiert werden durch eine etwas protektionistische Handelspolitik. Denn die USA befinden sich ja aktuell in einem Systemkonflikt mit China. Sie sagen, dass es ein Systemkonflikt wäre. In Realität kämpfen hier zwei kapitalistische Staaten gegeneinander mit China. Das bedeutet, außenpolitisch könnten wir einen eher protektionistischen Kurs und innenpolitisch weiter einen neoliberalen Kurs sehen. Zumindest in den westlichen Staaten jetzt. Ja, das sieht man ja, finde ich, an Italien mit der Meloni ganz gut. Die haben ja vor, ich weiß nicht, vor drei, vier Wochen, lass es zwei Monate her sein, beschlossen, dass sie dieses Bürgergeld abschaffen wollen. Also quasi dieses sozialstaatliche Paket, welches Arbeitslose bekommen haben, was die Regierung, die Vorgängerregierung ja mit dem Movement of China Christelle, dieser Fünf-Sterne-Bewegung, was die ja eingeführt hatten. Das soll jetzt ja, ich bin, es war zumindest so, dass es auf jeden Fall weggehen soll. Ich weiß gar nicht, ob es schon beschlossen wurde. Aber da sieht man schon mal, dass die Parteien natürlich, die rechten Parteien, in dem Sinne kulturkämpferisch durchaus, wie du schon sagst, auch konservativ, reaktionär. Ja, reaktionär hast du nicht gesagt, aber, naja, Antimigration etc. Genau, jedoch, wenn es um Sozialpolitik geht und um Wirtschaftspolitik, da fahren die halt total den neoliberalen Kurs. Da wird gekürzt und gekürzt. Und die Frage ist, was bringt das dem Wähler, der sich sagt, ja, ich wähle jetzt eine Partei, weil die ist gegen Flüchtlinge. Ja, aber zwei Monate nach der Wahl kürzen die mir erstmal meine Sozialhilfe weg. Hast du ja eigentlich auch nichts mitgewonnen. Geht es dir dadurch besser? Wahrscheinlich nicht. Nee, dir wird nur ein anderes Theater vorgespielt. Und da ist jetzt die Frage, was wäre die Alternative dazu? Hast du eine? Ja, das ist ja bei den Linken so generell immer dieses Thema Sozialismus, demokratisches Sozialismus, was weiß ich, dieses Schlagwort, von dem ich mittlerweile, ich weiß oder ich war sehr lange auch immer und bin immer noch im Zweifel, was ich davon halten soll, weil am Ende projiziert da wirklich jeder irgendwie etwas Eigenes rein. Ich halte es für, ich habe ja erst schon darüber gesprochen, dass ich damit rechne, dass es eben einen reaktionären Rollback geben wird für unrealistisch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, dass es da Veränderungen gibt, die diese ganze Wirtschaftslogik irgendwie auseinanderhebelt. Ich sehe da einfach innerhalb des deutschen und auch europäischen oder internationalen politischen Feldes eigentlich keine Kräfte, die dazu in der Lage wären. Ich denke, wir sollten uns aktuell darauf konzentrieren, gewisse Standards, die man mal hatte, dass man die zurückbekommt, beziehungsweise dass man bei Themen wie Arbeitszeitverkürzung oder auch Lohnerhöhung, dass man da weiter Druck macht. Da gibt es ja auch durchaus einige Sachen, die man popularisieren kann. Gleichzeitig würde ich tatsächlich mit auch sehr wichtig finden, dass es höhere staatliche Investitionen gibt. Wenn man sich unsere Infrastruktur anguckt, wenn man sich den Ausbau erneuerbarer Energien anguckt, auch Energieunabhängigkeit ist ja ein Stichwort, da passiert ja einfach gar nichts. Und eine FDP blockiert und blockiert. Aber auch da SPD und Grüne, die folgen. Also auch da bin ich einfach sehr desillusioniert mittlerweile und kommen da immer mehr zu dem Punkt, dass man eigentlich ja fast sagen muss, ja, also auf die Politik kannst du ja gar nicht mehr hoffen, dass sie irgendwas großartig macht. Also da kommt man langsam echt in so einen Trott, wo man sagt, ja, was soll passieren? Die werden uns nicht helfen. Irgendwie müssen wir uns selber behilflich sein. Ja, da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an, was du gerade beschrieben hast. Das ist ja de facto die Wirtschaftspolitik, die wir vor 50 Jahren schon einmal in ganz Westeuropa hatten. Es wäre ja nur eine Wirtschaftspolitik, die für höhere Löhne, für Vollbeschäftigung, für eine ausreichende öffentliche Infrastruktur, für den Ausbau des Sozialsystems, ja, halt für alle Dinge sorgt, für die die Sozialdemokratie im Westen eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Also davor war sie ja noch eher sozialistisch orientiert und mit dem Zusammenbruch der Zweiten Internationalen hat sie dann langsam, bis sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg endgültige Form annahm, diese sozialdemokratische Orientierung erhalten, die dann auch die Wirtschaftspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat. Ja, total. Und das wäre wirklich wünschenswert, wenn wir das wieder einführen könnten. Und was du gesagt hast, öffentliche Investitionen sind ja quasi eine Notwendigkeit. Die Unternehmen sind nettosparer. Ich weiß, ich sage es jetzt mittlerweile schon in jedem Video, aber das ist essentiell, um die aktuelle Situation zu verstehen. Wenn die Unternehmen sparen, dann muss der Staat sich verschulden, um die Wirtschaft nicht schrumpfen zu lassen. Und da ist jetzt die Frage, was wir mit diesem Geld, was der Staat zusätzlich ausgeben muss, machen. Senken wir die Steuern für die Reichen? Kaufen wir davon Panzer, Rüstungsgüter und sonst irgendeinen Schwachsinn? Oder bauen wir davon Bahnschienen? Sanieren wir die Schulen? Oder bauen die erneuerbaren Energien aus? Das ist die Frage, die wir beantworten müssen. Und die Antwort, die die aktuelle Regierung hat, ist leider kennzeichnet für das, was uns wahrscheinlich jetzt erst einmal bevorstehen wird. Ja, ich würde sagen, sie hat keine Antworten. Also sie will keine Antworten geben. Und das ist ja auch, wenn man... Das Sondervermögen für die Bundeswehr war doch eine Antwort. Man gibt das ja für die Rüstung aus. Ja, klar. Okay, das war die Antwort. Ich war gerade noch auf dem Punkt mit Infrastruktur und Bildung etc. und Ausbau von Schienen und Schulen, erneuerbare Energien und sowas. Da, bei dem Punkt, haben sie leider keine Antwort. Für die Rüstung geht es natürlich schnell. Und da sieht man ja auch, dass die politischen... Ja, der politische Wille eigentlich das Entscheidende ist. Und wenn der politische Wille da wäre, dann könnte man viel machen. Aber man muss sich auch nochmal angucken, wer profitiert denn eigentlich davon, dass es gerade so läuft, wie es läuft. Wer spendet den Parteien? Wer hat großen medialen Einfluss? Wer stellt seine Schachfiguren so aufs Feld, dass es ihm zum Vorteil gereicht? Und das sind halt eben nicht... Oder das ist nicht das Interesse, würde ich behaupten, der breiten Mehrheit. Weil die breite Mehrheit hat nichts von einem Ukraine-Krieg. Die hat nichts davon, dass die Schwimmbadpreise bei uns zum Beispiel von 2,80 Euro jetzt auf 5,20 Euro. Wir waren erst vorgestern im Freibad. Dass die über 100% Steigerung hatten. Mehr als eine Verdopplung. Da hat der Normalbürger gar nichts von. Da machen sich am Ende Energiekonzerne oder Leute, die eben mit diesen Rohstoffen spekulieren, die machen sich die Tasche voll. Die haben dadurch saftige Gewinne eingefahren. Jedoch ist das wieder ein bisschen ein anderes Thema. Aber auf die nächsten 20 Jahre bezogen oder auch meinetwegen auf die nächsten 30 Jahre, da ist es bei mir einfach so, dass ich glaube, dass wir auf realistische Ziele durchaus setzen müssen. Weil wir haben erstens keine Antwort, wie soll ein anderes System aussehen. Und wenn man keine Antwort hat, wie ein anderes System aussehen soll, beziehungsweise man das auch nicht gut verpackt rüberbringen kann, ja, was willst du denn dann machen? So, dann solltest du dich doch eher auf das konzentrieren, was man auch verkaufen kann. Verkaufen in einem positiven Sinne. Weil ich würde sagen, eine Gesellschaft, in der Energie bezahlbar ist, in der alle Leute in guten Wohnungen zu bezahlbaren Preisen leben können, wo die Nahrungsmittel eine gute Qualität haben, ebenfalls bezahlbar sind, wir vielleicht nicht mehr 40 Stunden, sondern 30 Stunden arbeiten, bei einem Gehalt, mit dem man ordentlich leben kann, sich einen Kinobesuch leisten kann. So, da muss ich jetzt nicht irgendwie das große sozialistische Bild an die Wand malen, um den Leuten erstmal zu zeigen, das ist doch eine gute Sache. Also ich würde sagen, 90 Prozent würden das befürworten. Andererseits, wer will denn überhaupt Sozialismus? Das fordert doch eigentlich keine Partei mehr in Deutschland. Nee, ja, auch die Linke hat sie immer noch groß im Namen, oder das ist ja der Pathos, der da mitschwingt. Aber wenn man ehrlich ist, hat ja auch die Partei eine sozialdemokratische Ader, so der 90er, der 80er, 90er Jahre, würde ich sagen, der Vor-Schröder-Ära. Vielleicht noch das, was der Lafontaine damals im, war das der Wahlkampf 94? So ein bisschen was in die Richtung geht. 90, dann war das der Wahlkampf 90. Genau. So was, ich würde sagen, die Linke ist in etwa in der Richtung unterwegs. Die Linke will ja nicht mal zurück zu Konrad Adenauer, als wir noch eine Vermögensabgabe von 50 Prozent hatten. Die Linke fordert nur 30 Prozent. Also sie ist moderater als das, was wir in der Bundesrepublik schon mal als reale Politik einer konservativen Regierung, heute würde Adenauer wahrscheinlich als Sozialist gelten, schon mal hatten. Also ist das so. Wenn du da sagst, die Spitzensteuer auf 75 Prozent erhöhen, dann schreien manche schon Sozialismus. Obwohl die unter Adenauer zum Anfang seiner Regierung bei 90 Prozent lag. Und dann konfrontiert man die Leute auch mal damit, dass es in den USA genauso war. Da hatte man auch eine Spitzenbesteuerung von über 90 Prozent. Und hier wird mit Sozialismus geschrien, wenn es eine 50 Prozent Besteuerung ist, obwohl diese Leute überhaupt gar nicht wissen, was Sozialismus überhaupt bedeutet, beziehungsweise die haben, glaube ich, manchmal gar nicht das Verständnis, was Kapitalismus überhaupt bedeutet. Man fragt die dann mal. Dann lass uns doch jetzt mal eine Definition von Sozialismus geben. Also Sozialismus, oder möchtest du? Ja, Kapitalismus zum einen den Privatbesitz an Produktionsmitteln und zum anderen doppelt freie Lohnarbeiter bedingt, Sozialismus dann der Gemeinbesitz an Produktionsmitteln. Das bedeutet entweder Produktionsmittel, die sich in der Hand der Arbeiter befinden, die an diesen Produktionsmitteln arbeiten, oder eine Planwirtschaft, die zentralstaatlich organisiert wird. Das würde ich als Sozialismus definieren und das fordert wirklich kein Mensch, jedenfalls keiner, der irgendwie politisch relevant wäre. Ja, das würde ich auch so ähnlich sagen, weil es auch einfach überhaupt nicht mehrheitsfähig wäre, selbst wenn man es fordert. Ich meine, man kann sich ja moderne Großkonzerne angucken, wie Amazon oder Walmart, die ja ein größeres, wenn man es mal auch vergleicht mit einem Staat, ein größeres BIP als so mancher Staat haben. Die funktionieren ja als Konzern, der ja teilweise eigene Märkte hat, komplett, also zum Großteil ja planwirtschaftlich. Also es ist, ich würde sagen, technisch wäre eine Planwirtschaft mittlerweile gar nicht mehr das Problem, weil man einfach die Informationen bekommen könnte. Dann kommen wieder Themen wie Datenschutz zum Beispiel rein. Ja, den Punkt gebe ich. Aber allein auf die Machbarkeit bezogen, würde ich mittlerweile sagen, dass das kein Problem wäre. Aber, aber die Frage ist, erstens möchte man es, zweitens kriegt man es, wenn überhaupt vermittelt. Und ich würde sagen, man möchte es weder, noch würde es man es adäquat, adäquat vermittelt bekommen. Und ja, ich glaube, die Fragen, die stellen sich ja auch bei den Problemen, die wir gerade haben, gar nicht. Das kann man in seinen kleinen Marx-Lesekreis mit seinen fünf Freunden natürlich gerne besprechen. Und da wird es bestimmt sehr viele staue Leute geben, die sich damit befassen. Es hat aber realpolitisch keinerlei Relevanz. So, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!